Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und zu einem erneuten Reboot vom Reboot vom Reboot. Mal wieder will Lego ganz viele Sets verkaufen, damit man sich ein großes Hogwarts Castle zusammensteckt. Das sahen wir da hinten schon. Und den Anfang macht das Bootshaus. Man fängt also im wahrsten Sinne des Wortes ganz unten an. Und das mit einem Set, das immerhin 350 Teile hat für 37,99 Euro. Teilepreis von knapp 11 Cent. Auf der Straße bzw. im Geschäft draußen mit Rabatt gibt es das oft schon für 27 Euro. Jetzt März 2024 erschienen und ich habe das Ding gekauft mit ein bisschen Papier und einer Anleitung. Die, über die gleich noch zu reden sein wird, weil das ist für mich der größte Schwachpunkt und der schwachsinnigste Schwachpunkt dieses Sets. Ja, aber da kommen wir gleich zu. So, was baut man? So ungefähr nicht mal eine Stunde. Dafür hat man fünf Minifiguren, die wir da unten sehen und eben ein Bootshaus. Das misst immerhin 21 Zentimeter Höhe, 15 Zentimeter Breite und 12 Zentimeter Tiefe und müsste dann ja eigentlich das Maß aller Dinge sein. Sprich also, an dem sich auch die anderen Module dieses zukünftigen großen Hogwarts Schlosses orientiert. Ja, und so richtig glaube ich da nicht dran, weil schon das zweite Set, was jetzt dazu erschienen ist, nämlich die Eulerei auf Schloss Hogwarts, hat gerade mal eine Höhe von 36 Zentimetern. Und gefühlt würde ich jetzt sagen, das ist schon noch deutlich mehr als anderthalb Bootshaus. Aber gut, wer bin ich, der darüber urteilen will, an dieser Stelle schon, bleibt abzuwarten, was Lego uns da präsentiert. Auf jeden Fall frage ich mich, warum schon wieder ein ganzes neues Schloss Hogwarts? Ich kann es allerdings auch schon beantworten, weil es Geld bringt. Und weil wir wieder neue Minifiguren rausbringen können. Sie sind nämlich alle irgendwie ein bisschen neu. Hier sehen wir Neville, der mit den komischen Zehen, und Dean Thomas. Natürlich wollen wir uns wieder mal im ersten Schuljahr befinden mit kurzen Beinen. Und dazu passend im gleichen Dress Harry und Hermine. Hermine ist die einzige, die es in dieser Form schon mal gab, nämlich beim großen Hogwarts Express. Da hatten wir sie genau so schon mal mit den immerhin leicht zweifarbigen Beinen. Wie wir sehen, so ein kleines Röckchen, was sie da drüber hat. Ja, ansonsten das Oberteil, wie wir sehen, das ist identisch mit dem, was die Jungs tragen. Am schönsten von den neuen Minifiguren ist Professor McGonagall. Neben einem Schildchen, wo man sieht, welche Studenten sie denn hier erwartet, hat sie an den Armen auch eine schöne Bedruckung jetzt. Und glitzert ja fast schon, was ihren Umhang da angeht. Auch sie hat zwei Gesichter, so ein bisschen legt sie das Ganze auch in Falten. Es gibt übrigens in dem Set keine irgendwelche gearteten Sticker. Also auch diese Schildchen da ist bedruckt. Das ist doch schön. Ja, mehr wäre jetzt auch nicht nötig. Aber immerhin. Ja, dann haben wir zwei wirklich einfach gestaltete Boote. Wo das Witzigste noch ist, diese schwarze Banane, beziehungsweise schwarze Wurst, die da zu der Lampe hochgeht. Ja, und dann gucken wir uns das Bootshaus selber mal an. Das bietet ein paar kleinere Überraschungen. Als erstes natürlich, das ist hoffentlich nicht überraschend, nämlich, dass das Boot reinpasst. Das heißt, wir können da anlanden. Wir können also im Trocknen aussteigen, weil da ein Dach drüber ist. Wir sehen ein paar Lämpchen, die da sind. Wir sehen auch als weiteren Charakter aus der Harry-Potter-Welt dann noch die Eule Hedwig. Und hier versteckt die Kröte Trevor. Das ist nämlich die Kröte von Neville. Und die hat sich hier unten versteckt. Die kann da eingehakt werden. Ja, und wenn man will, kann man sie eben rausziehen. Nicht näher benannt ist die Krabbe da unten. Die ist namenlos. Die ist einfach nur Verzierung. Wie wir hier sehen, aha, da soll also irgendwas reingehängt werden. Nun ist das Bootshaus ja eigentlich unten. Dann kommt ja ganz viel Fels. Und dann kommt erst Schloss Hogwarts. Wie sie dann machen wollen, weiß ich nicht. Ganz lustig auch diese Hörner, diese Ochsenhörner, die da drin sind. Die dafür da sind, werden wir auf der anderen Seite noch einen Fisch sehen. Der da schon mal rausspringt, damit man ihn auch ja fangen kann. Diese Ochsenhörner, die dafür da sind, um dann, da fällt schon eins raus, nämlich die Ruderblätter reinzulegen. Die werden auch wirklich nur reingelegt. Mehr nicht. Ja, dann gibt es oben noch so einen kleinen Turm. Der hat noch eine weitere Überraschung, die Lego sich gedacht hat, ah, da nehmen wir doch gerne weiteres Geld von unseren Kunden in die Hand. Weil das ist nämlich ein Porträt zum Sammeln. Das heißt, man weiß nicht, welches Porträt jeweils in den Sets ist. Also, wenn man alle 14 Porträts haben will, muss man sich wahrscheinlich die Sets 20, 30 Mal kaufen. Gut, das macht doch keine Sauen natürlich. Ich weiß nicht, wo man sie dann sonst noch bekommen wird. Sicherlich bei den einfachen Sets. Ja, und die alle zu sammeln, da muss man, glaube ich, eher tauschen und trotzdem viel kaufen. Ich verstehe es nicht genau. So, was ich überhaupt nicht verstehe übrigens, abgesehen davon, dass dieses Porträt oben reinsetzen ganz lustig ist, aber mit diesem Sammeln ist das hier. Das ist zwar ein nettes kleines Handbuch von der Größe, aber beim Bauen war das so nervig, weil die Seiten nicht hingen. Es sei denn, man hat richtig Gewalt und Kraft, wenn man sie dann auseinanderdrückt, dann hielt sie mal ein paar Sekunden. Aber ansonsten war das immer nur so mit einer Hand das irgendwie festhalten, mit der anderen Bauen, das hat mindestens 50% vom Bauspaß gekostet. Also, das bitte, Lego, nicht wieder machen. Das hat mir nun richtig das Bauen nicht schöner gemacht, im Gegenteil. Also, wirklich versemmelt. Obwohl das Bauen eigentlich ansonsten flüssig ist, nett ist, gerade auch, wenn man das da oben entdeckt, dass man da dieses Porträt reinschieben kann, um das dann oben rausgucken zu lassen. Da sehen wir übrigens die anderen Varianten, die man da sammeln kann. Und in der Anleitung ist dann auch nur so ein Fragezeichen, damit man weiß, das könnte irgendwas sein. Und hier sehen wir dann auch eben das zweite Set, was man dann schon mal kaufen kann. Das erwähnte ich ja schon, die Eulerei. Tick teurer, ein paar ganz wenige Teile mehr. Und ja, also, ist vielleicht auch nochmal Thema hier. Werden wir drüber reden. So, was machen wir nun draus? Erstens, nette Minifiguren. Zweitens, ein nettes Bootshaus. UVP sehr hoch im Angebot mit 27 Euro bei der Anzahl der Minifiguren. Und dass man da, ja, durchaus ein paar kleinere Gags ja auch in diesem Bootshaus hat. Was ansonsten ja jetzt nicht so ikonisch ist, muss man sagen. Also, finde ich jetzt. Und auch die Ruderboote da wirklich sehr einfach gestaltet sind. Ist es aber okay, finde ich. Also, kannst du haben. Auf der Negativseite definitiv dieses Anleitungsbüchlein, was überhaupt nicht hält. Und ja, mit dieser Sammelidee, das finde ich, ist so eine Geldmacherei. Da sehen wir übrigens noch eine Spinne, die ich noch gar nicht erwähnt. Die meines Erachtens nicht Not tut, weil es einfach auch nicht mit verhältnismäßigen Mitteln so einfach möglich ist, nach meinem Verständnis, diese Dinger wirklich komplett zu bekommen. Und da plötzlich so ein Haben-Wollen existiert, was nicht von Eltern, glaube ich, in der Regel zu realisieren ist. Ja, und dass es jetzt schon wieder ein Neu-Hockworts brauchte, das muss abgewartet werden, ob das Neue jetzt wirklich so viel toller wird, als die anderen Varianten, oder zumindest die letzten Varianten, die wir hatten. Ja, das bleibt abzuwarten. Das gibt es dann wahrscheinlich in den nächsten Jahren als Thema hier noch öfter, wenn es denn gewünscht ist. So, das war's für heute. Wir machen Schluss und sehen und hören uns dann hoffentlich bald wieder. Was sagt ihr denn dazu übrigens, zu diesem ganzen Reboot und Sammeln und Büchlein? Schreibt's gerne in die Kommentare. Bis bald und tschüss.